Um mit dem Echelon von Stufe 7 auf Stufe 8 zu kommen, müssen wir 40 Gegner heimlich töten, 8 Gegner im Nahkampf töten, 2x5 Gegner mit einer Hand Feuerwaffe töten ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln und 2x3 Gegner in weniger als 20 Sekunden ohne entdeckt zu werden. Heidewitzka, also langsam wird's grindy. Aber im Normalfall, im normalen Spiel macht man diese Aufgaben ja auch nicht so wie ich jetzt, sondern macht die quasi so nebenher. Es passiert einfach. So, also Hand Feuerwaffe und Nahkampf. Ich war auch ein bisschen im Shop unterwegs, hab mir mal ein paar Blendgranaten gegönnt. Damit wir hier am Hafen von Fenburg, das ist glaube ich, auch ordentlich, ja, aufräumen können. Gut, tja, mit Nahkampf wird das bei denen wahrscheinlich nix. Ich glaube, das wird hier generell relativ schwierig mit Nahkampf. Aber wir haben ja noch hier unsere, oh, bei Abdenkungsköder. Wie könnte ich den da oben eigentlich grad weg snacken, ne? Der bietet sich so an. Ich mach mir ein bisschen Sorgen um das Geschütz da vorne. Ja, Hafen von Fenburg. Ja, der hat eigentlich auch, ne? Alter! Feind Einheitenrücken an! Oh, shit. Den krieg ich jetzt nicht. Oh, shit. Den hätte ich gekriegt. Der Feind operiert in unserem Se... Ziemlich gut. Knapp. Knapper als... ...Forth Eklon erlaubt. Oh, Gott, haupt bitte, entdeckt mich nicht, du Drohending. Warte. Hm. Da drückt auch einer rum. Verluste! Wir stecken in der Scheiße! Nein! So geht das, Boss. Alles ruhig, ja. Alles ruhig, ja. Ist das so? Also, ich bin hier ziemlich in Panik. Ich bin hier ziemlich im Stress. Ruhig ist was anderes. Wo war die andere Stimme? Jetzt noch einer. Hey, der Witzgeruss. Haben wir von zwei Aufgaben einfach so in Panik erledigt? Oh, je, je. Da drin ist auch einer. Die Dosts werden schon noch merken, dass sie nicht den Hauch einer Chance haben. Der steht auf der anderen Seite. Ich darf von der anderen Seite rangehen und einfach reinrennen und den Wegmesser. Jetzt geht der weg. Jetzt geht der weg. Ich fass es nicht. Ich krieg dich ja doch. Das war das sogenannte Phantom-Messer. Damit kann man jemanden töten, ohne dass man den überhaupt mit der Klinge berührt. Das können nur Phantome. Und Phantom-Mias. So. Okay. Gut. Wir haben jetzt hier einen im Nahkampf. Da oben ist noch ein Scharfschützer. Kann ich nochmal? Oh ja. Fährlich. Ich will keine Rolle. Die sind die Scharfschützer. Wir werden angegriffen. Du Scheiße. Schüt. Lone gestartet. Rücke vor. Hab den Feist im Visiten. Nein. 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 Hat noch alles heimlich gezählt, obwohl er schon geschossen hat? Okay. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben das gehört. Oh ne. Das ist fix jetzt drohne. Oh Gott. Doch, ich musste gerade angehen. Das war nämlich mein... Das war nämlich der Klassenskill von... Ach, das ist ja, Fury. Von, beziehungsweise, ja. Doch, kann man so sagen, ne, Klassenskill. Vom Echelon. Das war der Reflexschuss. Was war der denn da? Was ist der überhaupt da hingekommen? Der Akku der Drohne ist leer. Gerade wenn man sie mal brauchen kann. Zurück, nein, wir brauchen ja sowieso noch 40 Gegner. Was macht mit dem Zivilist da draußen? Da ist der Kuckuck. Er hat nicht hergekommen. Vielleicht schauen wir mal an der Straße entlang. Was gibt es denn hier eigentlich noch so? Nicht so besonders viel, ne? Hm. Da ist noch was. Ansonsten haben wir hier unten noch einen Haufen Zeug. Gibt es da drin ein Auto? Da gibt es noch ein Heli. Warum soll ich ein Auto klauen, wenn ich ein Heli klauen kann? Ja, der Reflexschuss, der funktioniert übrigens nur, wenn man eine Pistole trägt. Also was? Du siehst nicht genug aus. Da ist eine Handfeuerwaffe. Und funktioniert auch nur, solange man noch nicht entdeckt ist. Denn dann kommt dieses Geräusch, wenn man entdeckt wird. Und dann kann man schnell anlegen und dann schnell zielen. Und dann zielt er automatisch auf den Kopf. So fliegen wir dann hin. Genau in die Richtung. Vorausgesetzt die Kameraden steigen irgendwann noch ein. So, da kommt Fury. So, wo haben wir denn irgendwas? Da ist alles abgeholzt. Da haben wir alles. Das ist das, wo wir schon waren? Ne, da waren wir noch nicht. Wie holen wir das jetzt? Ach, was ist hier das? Da oben stehen lauter Dingens rum. Also, Einhorn-Pony-Dinge. Kommt der gerade da? Ja. Habt noch nichts Interessantes gefunden. Das wirst du auch nicht. So, der findet nichts mehr. Komme ich mit der Drohne so hoch, um euch das zu zeigen? Wo waren die denn? Hä? Da hinten. Da. Wie die Lemminge. Hier. Ja. Ja, solche Sachen, die bleiben einfach im Gedächtnis, ne? Ein Sniper da oben. Vor dem habe ich ein bisschen Angst. Was ist denn der Eingang hier? Da war nicht. Verdammt. Da ist er. Servus. So, noch drei brauchen wir. Ich könnte den Sniper ja mit Simultanschutz wegholen lassen. Der trifft wenigstens garantiert. Feuer auf mein Kommando. Oh, wei. Oh, nee. Fack Drohne. Äh. Das war der letzte Schuss für das Ding. Feuer auf mein Kommando. Bewege mich auf einen zu. So, der ist auf jeden Fall erledigt. Zähle fast. Bin bereit. Feuer frei. Okay, Ghostly. Der hat gar nicht geschossen. Gut geschossen. Fällt einfach um. Gedankenübertragung. Gemein. Ich schätze mal, die Lage ab. Jetzt sind wir nicht mehr blind. Oh. Was passiert denn hier? Ist das alles? Oh je. Sieh dir an, was ich gefunden habe. Ja, ja. Ich sehe es mir gerade an. Das erfüllt mich etwas mit Sorge. Ich mach mal den Generator aus. Schlimmes, ich muss da hin. Ich brauch noch drei Gegner im Nahkampf. Schlimmes, ich muss da hin. Scheiße. Ach. Au. Ja, direkt verletzt. Genau. Autsch. Verschaff uns mehr Feuerkraft, fixit. Rechts getroffen. team feuer frei machen wir denn jetzt ich war noch am laufen ich häng hier wieder zu meinem handy team zu mir team zu mir wo fliegen wir dann hin darunter haben wir schon unser ziel im auge konfig sit spring auf wo da unten wenn da noch kein gewesen am flug haben gibt es auch noch ich habe bei dem spiel stand hier noch gar nicht eingestellt dass es weniger drohnen gibt deshalb okay gut das ergibt sinn ich dachte gerade schon ich das nicht bei dem anderen umgestellt ich bin echt froh dass wir ein generator haben ich meine funktionierende waffen sind schön und gut aber ohne mein laptop wäre ich nur ein halber mei das hat gut funktioniert besser als ich dachte der sitzt aber es könnte schwierig werden okay ich habe nichts gesagt der einfach im stuhl untermarsch weggezogen wie viel brauchen wir denn noch haben wir alle gut noch gegner nicht töten das kriegen wir hin sie sollten zu hause bleiben außer es ist absolut notwendig zu reisen ja ich weiß grüße mich als würde hier alles außer kontrolle geraten hier im nachbar gebäude gibt es auch noch den dingens den laser den ich haben will glaube ich meine ich mich zu erinnern dass es hier den den grünen laser gibt habe vergessen wie er heißt ich meine aber ich glaube den gibt es hier wenn ich mir das so angucke der müsste da oben sein das kann auch sein dass ein anderer flughafen ist aber äh ja ist nicht der hier verdammt die selbst versorger sind unsere freunde schade sie dürfen nicht hier sein achso darf ich nicht also gut dann gehe ich wieder tschüss nicht schlecht nein entdeckt wurden wir noch nicht aber die haben schüsse bemerkt und umfallende kameraden bist du ein freund oder feind du warst ein feind okay einfach auf verdacht geschossen wie im echten leben die Person versucht zu fliehen ist ja echt nicht das ding was ich dachte was es gibt ja tatsächlich das doofel kolimator visiert das kein mensch will da oben ist jemand ach kann ich nochmal ach guck mal wie perfekt da sind wir ihnen einen schritt voraus wo steht er denn rum auf der anderen seite auf dem dach da hinten haben wir einen haufen gegner hallo shit richtig gut wir wissen jetzt dass da auf dem dach ein sniper steht jetzt fühle ich mich wieder nackt weil ich die gegner wieder nicht mehr sehen noch sechs stück das ist ja wie tontauben schießen ja ist er das na gut die die oh shit er macht nichts mehr die drohne ist gestartet das war die sache mit heimlich ich werde ein blaues wunder erleben wir brauchen aber noch vier gegner heimlich ghosts bei mir sammeln zu mir wir kommen wir sind unterwegs das ist ein suchlicht von wo kommt das ich meine das hat mich aber wo ist das suchlicht wo ist dieses suchlicht da oben aktiviere nachtsichtbrille aktiviere eigentlich könnten wir jetzt wieder zurückfliegen weil die haben sich das hundepro beruhigt die drohne hat sich ausgeschaltet beziehungsweise ja du hast alles wieder resettet oder wir fliegen weiter zu diesem hafen ding hier schneller ihr kleinen blauen punkte schneller wir haben nicht den ganzen tag zeit einsteigen okay scharfschüsse feuer stimmt die scharfschüsse können mich auch weg snipen uns vergessen da mal gucken wir da mal gucken wir da wenn töten die zwei töten sie gegner aber vielleicht hilft das ja auch wenn ich simultan schuss mache gucken wir jetzt mal aus feuer frei ok ok es hat nicht gezählt hat nicht gezählt ok dann noch drei gegner so töten wir müssen in die deckung gehen und wo kommt denn der jedi von da wo kommt denn der jedi von da oh oh das ist krass gibt keine deckung mehr irgendwie spontan seine deckung aufgegeben die luft ist wieder rein so hell oder meine ich das nur das dunkelste nacht an sorry dass ich das gerade jetzt gucke ich muss mal gucken wie das wäre wenn es aus ist heilige scheiße ist ja tag hell schnell wieder aus ganz vergessen wie kacke das damals war vier gegner nein drei gegner den laufenden employe die patrin ups falsche taste ich seh dich CORRECHZIEc 1, 2, da steht ein Häuschen dran. Nehmen wir den noch. Zack, und damit sind wir auf Level 8. Sehr geil, sehr nice. Und jetzt wieder weg.